Ich will auch einen Job, wo ich schlafen darf. So, dieser Bereich wird bald gesperrt. Ja, sollen wir den holen? Ja, wir müssen den holen. Ist Norosch immer so einsam? Das gefällt mir. Wahrscheinlich sind alle wegen der Erdbebensaison geflohen. Und die Invasion hat bestimmt einige der Bewohner aus ihren Mondhütten vertrieben. Die noroschianische Architektur hat mich schon immer beeindruckt. Nichts ist spannender als das Nachrüsten nach Erdbeben. Dafür lohnt sich die Reise. Ihr müsst das Universum oder zumindest eure Galaxie retten. Ihr seid ja nicht zum Sightseeing. So. Schilde. Wer kriegt einen permanenten Buff auf Schilde? Eigentlich der Saboteur, ne? Der hat vorhin einfach wirklich viel zu knapp überlegt. Überlebt. Überlegt, genau. Hier gibt es eine fette Linie zwischen dürfen und machen. Eine feine Linie. Zwischen dürfen und machen. Wir geben es dem Mech. Achso, Wüstung ist aber der Tour. Oh, plus drei. Ach nee, Wüstung. Ahm. Da in dem Archon. Ach, Wüstung. Scheiße, das ist Wüstung nicht Schild. Ah. Das war jetzt nicht so gut. Oh, das ist schon gesperrt. Da wäre aber das Schildding gewesen. Wir müssen irgendwie da hinkommen. Dann muss ich an ihm vorbei. Und dann komme ich... Ne, komme ich nicht. Doch, da. Ja, das ist jetzt doof. Dann müssen wir es den mega starken Gegner machen. Da wird... Fliegende Fäuste. Markiert. Die Zeit ist gekommen, denke ich. Welche Zeit? Du bist ganz hinten drin. Du bist aber definitiv drin. Geht in die Schilde. Oh, Satellitenangriff kann nicht verlangsamt werden. Gott, was hast du denn alles? Hast Flächenangriff. Jetzt sind wir Flächenangriff. Warte mal. Ach, du bist der Boss. Was, bist du da hinten? Du bist einfach nur ein Schläger mit sauviel HP. Centurio. Ihr habt nämlich keine Sondereffekte, wie ich das sehe. Ja gut. Der Mega-Mech ist super schnell dran. Seht ihr das? Den müssten wir fast blitzen, ne? Damit der erstmal da hinten geht. Ansonsten crittert der ja egal was und alles und blöd. Ja, wäre sehr blöd. Der Brennen, ja. Das kriegt doch alles sie ab. Warte mal. Decken. Dann probieren wir jetzt das Decken mal aus. Das heißt, sie nimmt jetzt den Schaden für sie an, oder? Spalter. Das wäre ein Crit. Unverzögert. Oh, guck mal an. Aber ganz knapp. Wir müssen aber eigentlich den Kleinen da wegkriegen. Ja, aber Schaden minimieren ist auch nicht so schlecht. Ja, ich weiß. Wir sollten keine AOE benutzen, aber... Muss ich halt. Boom, boom, boom. Reflektiert. Hat aber keinen Schaden bekommen, weil zu viel Amor. 108. Und verzögert. So. Ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen. Hast du dir eine neue gekauft? Das wird sie vernichten. Ganz sicher. Was machst du denn? Alles schon wieder auf sie. Das ist aber nicht okay. Decken. Schildgeber. Warte, 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 stopp. Schildgeber auf sie. Okay. Auf den kann ich nicht. Trickschuss ist halt möglich. Unterbrechen. 177 macht der. Das ist ein bisschen viel. Wollen wir den Amor unterbrechen? Ja. Wir müssen den kleinen Hansel bei ihm erstmal loswerden. Naja, ein bisschen Schild ist auch mit rausgegangen. Egal. Er ist raus für die Runde. Dann können wir den... Ah, der hat auch so viel AP. Egal. Naja, verdammt. Ich hätte das andere machen sollen. Egal. So. Blum. Reflektiert. Dunk. Oh Gott. Mit einem Nachschlag. Unterbrochen. Excuse me. What? So. Erstmal ein neues Schild für dich. Passt. Passt. Das war gut. Der Schild ist immer noch low. Das wird sie vernichten, ganz sicher. Der muss jetzt eh wieder eine Runde aufladen, ne? Ne, verdammt. Können wir den kleinen Scheißer da erstmal loswerden? Erschütterung. Ah, okay. Jetzt wird aufgeteilt. Ich sehe. Ich sehe. Weil ich es gewohnt bin, IC zu sagen. Ja, wir müssen dir Schild geben. Das ist... Gar keine Frage. Dann... Haben wir die Bombe reingeworfen? Ne, haben wir nicht. Tödlicher Angriff. Was? Moment. Aber mal... Halt. Stopp. Was ist hier denn los? Ah, mein... Mein Schild, Heini. Was ist mit dem? Stopp, 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 stopp. Ne, der... Äh... B-b-b-b-b-b. Warum würde ich hier sterben? Jetzt weiter mal. Ich muss jetzt erstmal den Sprengstoff reinmachen. Das hätte ich viel früher machen sollen. So. Du kriegst auch was ab. Oder mal Schildwurf. Oh, das würde auf den auch gehen. Du bist aber egal. Du lässt dich nicht verschieben. Du hier weg. Eigentlich der kleine Scheiße. Der muss endlich weg. Mann! Das ist schwierig. Du verteidigst. Das gefällt mir hier gar nicht. Sollen wir nochmal decken? Oder deflexion. Decken kriegst du mehr Schaden ab. Das ist okay. Wir kriegen effektiv keinen Schaden. Aber es geht nur zwei Armour kaputt. Danke Mutter. Das ist wirklich gut gelaufen. Echt? Findest du? Eigentlich nicht. Das war dein Schild. Sie kriegt jetzt wieder nicht volles Schild. Oh, mittlerweile können wir nicht mehr alles das Schild vollheilen. Oh. Du hast 20 Burn Damage bekommen. Waffender Schuss. Alle doch sie. Wir sind jetzt alles auf sie. Genau die wollte ich doch jetzt erst. Oh, nein. Nein. Das ist so scheiße. So, warte mal. Detonation. Wir könnten nur ihn blitzen, damit er weg ist. Aber dann hinterher dann. Wir müssen den aber erst mal weghauen. Sie kriegt zu viel ab. Spiel jetzt eine First Gen Rando. Yes. Ein Gelb Rando. Einfach nur mit gerandomersten Pokémon. Mehr nicht. Hier zwei nur. Wenn du Deflexion machst, kriegst du immer noch Schaden. Random Starter Pikachu? Natürlich. So. Da bist du trotzdem noch dran. Und du könntest aber wenigstens sterben dadurch. Ah. Reflektiert. Schildet down. Gut. Wir haben die Detonation ja noch. Verzögert. Ist egal. Burnst du tot? Ow. Oh, komplett reflektiert zurück. So, jetzt. Können wir endlich den Heini auch mal angreifen hier. So, was denn? Oh ne. Detonation. Das, ähm. Ist egal. So, boom. Tens gegen Fläche ist egal. Burn 3. Gut. Walter. Nee. Warum kann ich denn den anderen nicht angreifen? Was? Das ist doch immer noch Front Row, der dicke Typ da oben? Oh mein Gott. Das war doch mal. Ähm. Aktuell. Habt ihr? Wer greift was an? Du greifst sie an. Du greifst da oben an. Okay. Dann warte. Warte. Schildgeber auf sie. Was heißt danach? Du selbst machst. Musst du dein Schild einfach schnell so aufladen? Ja. Ich glaube ich Südseffekte. Ja. Dann machen wir das so. Und hier beide geht auf den. Dann ist der auch raus für die Runde. Ah. Diesmal ist es aber strategisch anspruchsvoll. Der strafende Schuss sollte nicht allzu viel machen. Nur ins Schild. Wunderbar. Kein extra Schaden. Die 80 Schild. Holen wir uns wieder. Guck. Sie kriegt auch 5 Schild wieder zurück. Dann hatten wir schon den Spruch. Schießt ihr wieder über Kreuz? Nein. Was? Keine Bewegung. Kann nicht verlangsamt werden. Keine Bewegung? Oh Gott. Was hat er jetzt alles mit? Das sind die Divas. Angefunden. Ja. Was ist das für ein Move, den er gerade macht? Keine Bewegung. Alles, was der Dicke abbekommt, wird von ihm gekontert. Warte mal. Ja, guck mal schnell. Ich verliere dadurch den Feuer erwidern. Ja. Also er gibt Schützenhilfe. Quasi. Verstehe. Dann hauen wir trotzdem dem in die Fresse. Lohnt sich das? Nein, der ist ja super früh dran. Scheiße. Den Blitzen. Oh ja, bis in die nächste Runde. Sehr großartig. Ja, Konter. Ging aber voll ins Schild. Schild down allerdings. Und wer burnt. Dann geben wir Schild an den Gunner. Ich bin nur ein Shuffle, kein Rando. Es ist ein Rando, aber es ist halt einfach nur alles randomized. Und ein Shuffle wäre, wenn einfach nur getauscht wäre. Das ist was anderes. Dann hättest du auch keinen Catch-em-all-Mode. Das stimmt so nicht, Lance. So, ja. Okay. Ja, das sieht gut aus. So, bumm. Du kriegst was in Return, aber nur ins Schild. Er ist verzögert worden. Neues Schild für den Gunner. Spludge. Konter auch nur ins Schild. Burn-Damage raus. Er lädt wieder irgendeine Scheiße auf. Genau, kann nicht verlangsamt werden. Er lädt ihn nur auf. Das heißt, wir haben jetzt wunderbar Zeit, den da oben rauszuhauen. Er hat noch 88 HP. Oh nein, dann müssen wir den mit zwei Angriffen machen. Ja. Splag ist dann der tödliche. Gut. Dann Schildgeber. Nein, was? Haltstoff zurück? Nein. Du hast falsch. Nochmal. Also, drei nach. So, du greifst den an. Du greifst den an. Du. Was habe ich denn jetzt geklickt schon wieder? Hä? Du greifst den an. Du greifst den an. Du sollst keine Entladung machen. Hier. Du sollst einen Schildgeber auf sie machen. Und du machst einen geraden Schuss. Er kann, guck mal, er kann nicht auf den schießen. Das ist Quatsch. So. So, warte mal. Du da. Nein. Du. Schildgeber da. Gewader Schuss da. Und spalter jetzt eigentlich auf den anderen. Ich bin, by the way, heute auch, wenn ich verloren habe, so viel schneller im Crystal Rando gewesen. Einfach in der Main Story die Meter zu machen und optionale Spots erstmal auszulassen. Hat es echt in sich. Yes. Das stimmt, wir sind auf Daves Kanal. Die Frage übelgte ich. Wegen OOT. OOT Rando übersättigt mich schon seit Jahren. Das ist blöd. Ach, das kann ich aber auf ihn machen. Dann mach ich halt das. Quatsch, ey. Quatsch, der ist weg. Die hat es zu wissen. So, deine Armor ist down damit. Du burnst. Wir haben hier ein Schild. Wir haben nämlich ihr das Schild gegeben, weil die andere sich selber heilen kann. Jederzeit. So. Was machst du jetzt? Das wird sie vernichten, ganz sicher. So, auf wen gehst du denn? Hey. Hey. So, verzögert. Weg mit dir. Der greift diese Runde nicht mehr an. Heißt, wir können unsere stärksten Moves schön rausballern. Ja, du hast halt nur Aoi und irresistet Aoi. Ist halt blöd. So, platsch. Äh, was? Nur 60. Schade. Ah. Aber die Dots machen nochmal einiges gut. So. Er will wieder auf ihn angreifen. Wir können ihn aber noch dreimal. nach hinten schieben. Und zack. Ab in die nächste Runde mit dir. Plus burn. Wieder einfach die stärksten Moves rausholen. Aber nochmal. Zurück. Verstand da gerade? Verstand da gerade was? Das ist Tennis gegen Schwer. Oh. Hau mal. Das würde so weit machen. Oh. Hätte vorhin schon mal Schaden machen können anscheinend. Oh, la, la. Ja, was ist Tennis? Da kann ich aber nichts machen. Ich habe damals sehr viel bei Patty zugeschaut. Looks like Link. Hat auch sehr viel gespielt. Ich habe ihm zugeschaut. Dann kam der ehemaligen SNB-Bubble. Noch drei Rando-Spiele. Und Just kurz mal habe ich noch Blackie und dich. Um eine Situation zu erledigen. Ja, gut. Sehr schön. Ersten Kommandanten besiegt. Achievement. Okay. Darf ich überlegen, am Dienstag mit Majora's Mask anzufangen. Habe es nie beendet. Meinst du, ich soll das mal riskieren? Ja, genau. Dann schaue ich dir zu. Dann muss ich es nicht selber spielen. Ja, ich schaue dir zu, dann muss ich es nicht selber spielen. Das finde ich gut. Nee, Dienstag ist doof für mich. Mist. Ist es nicht Montag oder Mittwoch später, damit ich zugucken kann? Ich liebe Motor trotzdem. Puff. Das war der Big Boss dieser Stage? Er war einfach als der vorhin. Nein, noch einen Tod verkrafte ich nicht. Das ist so unfair. Das war der Big Boss dieser Stage? Na gut. So. Gesundheit. Assistenz gegen antimaterische Schaden. I don't know. Immun gegen Verlangsamung. Plus Schild. Oh, das wäre für... Nee, du hast schon was. In der Richtung. Du? Oh. Überro schwer zählt? Das kann doch nicht sein. Ähm. Hm. Das ist gegen Nitro-Schaden. Oh, come on! Ich kann doch nicht nur Schwerter finden. Hm. Unbeirrbar. Immun gegen Verlangsamung. Es ist halt for free. Er zieht 10 bis 29 Schild. Der andere Angriff. Wir haben halt das davor. Boah. Aber... Aber... Ich gehe bis hier. Das ist doch auch geil. 35 Schild für irgendjemanden. Das war für den Gunner eigentlich nicht schlecht. Die Verlangsamung ist relativ egal. Wobei, Front Row, ne? Für sie. Dann sage ich mal, Stufe... Oh, nein! Okay, dann packen wir dich halt direkt auf Stufe 5. Zack. Ja, Gott. Ich würde schwerter, weil es am coolsten klingt. Na, 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 na. Ich arbeite elf Flächte hintereinander. Mit Ausnahme für Dienstag. Da habe ich frei. Quasi mein einziger Abend. Ja, das blöd. So. Äh, nein. Äh, ah. So, hier. Los, Schilde. Okay. Wir haben noch ein... Feld, das wir gehen können heute. Da ist nochmal Schild. Verbessert Schilde. So. Bessere Schilde sorgt dafür, dass wir weniger HP-Schaden nehmen. So, was haben wir denn hier? Der hintere müsste doch treffbar sein. Er hat vor sich doch niemanden, ne? Wirklich nicht, weil noch einer in der Front Row steht. Kann ich den hinteren, der eigentlich super abseits steht, nicht treffen. Äh, das ist, äh, das ist... Hm, hm, hm. Man, was machst du denn da hinten? Oh, den Stampfer. Ja, da macht viel Schaden. Der hier vorne, welcher ist denn das? Das ist... Der hintere, der das letztes Angreift, ne? Sag mal, ja, damit ist nicht weg. Interessant. Also gut, den Himmelsschlag schon mal auf alle. Das ist klar, ne? Warte mal, alle gehen auf sie. Ja, dann Deflexion, ne? Das schickt man schön zurück erst mal. Ich glaube, es hackt hier, ey. So, Spalter. Dadurch würden zwei Crits an ihr passieren. Das ist blöd. Und damit fällst du raus. Sprengstoff platzieren wir. Wechseln wir wieder. Dann machen wir das so. Rutsch. Shield down. Delayed. Born. Aoe. Wilde weg. So, gut. Wir haben jetzt schon keine Schilde mehr. 55 Schilde ist okay. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Oh, das ist ein bisschen blöd für euch. So, dann. Die Generation, ihr habt nämlich alle keine Schilde mehr. Pew! Nice. Dann, warte mal. Der kommt so spät. Aber er würde vieles nach hinten schieben. Du nicht mehr. Ihr geht schon wieder alle auf sie. Warum? Was hat denn die euch getan? Die ist ganz neu. Nicht immer auf die Neuen gehen. Lass dir doch auch mal mitspielen. Später tot. Was ist denn später tot? Ja, you know what. Was ist... Chuck... Sonst kannst du eh nur noch du... Das ist halt egal, was du eigentlich machst. Das stirbt wahrscheinlich eh, ne? So. Quatsch. Naja, okay. Er wäre halt so oder so gestorben. Von daher... Reflektiert... Punk... Burn... Ey, auch noch mal. Stirbst du nicht am... Ah, nee. Das ist wirklich, weil er ist nicht an der Blutung gestorben. Nein. Das ist... Nein, das ist... So, erst mal... Bildgeber. Ne, auf jeden haben wir denn... Langsam komme ich... so, aber das ist aber spät. Das ist nicht gut. der dicke nervt der fängt an der auf dich und unterbricht blitz doch jetzt kann ja beide so dann schieben wir dich nach hinten damit unsere valkyre die eine sein hauen kann weil damit zu spät oder der nicht zu spät dann ist der spalter ab und du stirbst dadurch ist gut wenn sie nur einen hier los hier ist ein schild hier für den notfall und batch weg mit dir aber schön auch nummer 61 damit so einfach nur weil du bist schon wieder viel zu früh dran was soll denn das er will halt straight angreifen erwartet hat seine wunden denn seine mitzugeben aber wird dann nichts mehr und du darfst auch mal ein ballern keine ahnung wer kriegt den kill jetzt ab die frage du vielleicht sogar nicht ganz aber du 108 ja das lief noch mal ganz gut so eliminiert 39 man was ist da und teile